Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Farmvlog. Es gibt schon wieder Neuigkeiten von der Kuhfront und zwar sind schon wieder zwei neue Tiere bei uns eingezogen. Diesmal habe ich da aber keine Aktien drin, sondern die hat meine Nachbarin zum Jahrestag geschenkt gekriegt und die dürfen hier halt bei uns stehen und wohnen hier quasi. Das sind Mini Highlands oder Mini Kettles, ein weibliches und ein männliches. Das eine ist zwei Jahre, das ist das weibliche und gar nicht wahr, das ist ein Jahr und der männliche ist zwei Jahre, wenn ich das gerade im Kopf habe. Genau, er sieht im Moment noch so ein bisschen klein und dürr aus. Wir haben ihn gestern schon einmal richtig durchgeputzt, sah das ganze Unterfell ein bisschen raus, weil das ziemlich zerzottelt war. Und da wollen wir jetzt mal gucken, dass wir da ein bisschen was dran gefördert kriegen. Ja, aber die stehen jetzt erstmal auf dem Paddock bzw. jetzt den halben Tag. Die standen gestern, ich glaube vorgestern sind sie eingezogen, gestern noch mal einen Tag in der Box. Tierarzt war noch einmal da, weil wir den kleinen einmal abchecken wollten, weil der halt so ein bisschen dürr aussah, hat aber so nichts, was auffällig war. Haben einmal Entwurmung von uns gekriegt und Tierarzt hat noch einmal Selen gespritzt, aber nur bei dem kleinen, bei dem männlichen. Ja, ansonsten hat sie auch nur gesagt, gut was ranfüttern und dann wird er schon. Ja, das nun mal eben so nebenbei. Und ich will jetzt mit dem, ja, ich habe überlegt mit dem IH los, denn ist noch gutes Wetter und wir wollen unsere Neuanseite jetzt endlich mal aufsehen. Ich war gestern einmal hin, Befahrbarkeit geguckt. Ja, teilweise okay, teilweise grenzwertig. Deswegen, ich weiß noch nicht, ob wir alles hingesehen kriegen, aber dass wir zumindest mal einen Anfang kriegen, denn es soll morgen Abend schon wieder anfangen zu regnen. Also, ja, wenn nicht jetzt, dann dauert es wieder, dass wir da hinkommen. Ich war die ganze Zeit schon ein bisschen am überlegen, welchen Trecker ich nehme. Ich war hin und her gerissen. Entweder GT, ne, da ist GT, mit Allrad, ob das besser ist und etwas breiteren Reifen oder halt IH, etwas leichter mit Zwillingsreifen, aber halt ohne Allrad und dafür Asphalt-Rennscheiben. Ich weiß noch nicht. Ich habe mich jetzt erstmal für IH entschieden. Ich habe gedacht, wenn ich da doch eine nasse Stelle finde, dann kannst du lieber den GT holen und den IH rausziehen. Also ich habe nicht vor, mich festzufahren, aber man weiß ja nie. Dann kannst du lieber den kleinen Trecker rausschleppen, als wenn du den großen da irgendwie reinlegst und dann mit dem kleinen Trecker rausziehen ist dann immer ein bisschen kribbeliger. Naja, genau. Deswegen machen wir den gleich mal hin fertig, Mistanhänger ab. Wir haben hier gestern die Raufe auch schon aufgebaut. Da habe ich einen Anhänger Mist noch voll rausgeholt und dann die Raufe hier mit vorgestellt. Wird so auch ganz gut angenommen. Hier habe ich jetzt noch ein bisschen was aufgeschoben. Das passt ja nicht mal auf den Hänger, weil das schon so schwer war. Ich wollte eigentlich die Tage noch einen Miststreuer bestellen, dass wir den Kram eben auseinander streuen. Aber wenn das Wetter jetzt schon wieder so schlecht wird, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ich muss noch zum Kartoffelacker. Ach ja, Steine haben wir gesucht. Ich hoffe, das habe ich gefilmt. Ich hoffe. Zum Kartoffelacker noch. Pflügen, wenn es noch nicht gemacht ist. Gülle ist da jetzt schon einmal raufgekommen. Wurde freundlicherweise schon mitgemacht. Ich hätte gerne noch missgestreut, aber wenn es dann jetzt nicht mehr passt, dann ist es auch so, dann bin ich einmal mineralisch nach. Hauptsache das Zeug kommt rum und die Kartoffeln jetzt nicht mal rein, bevor der nächste Regenschauer kommt. Naja, jedenfalls sehen wir eben schnell das Update von der Raufe. Funktioniert eigentlich ganz gut. Einen Ballen haben wir jetzt hier schon ganz aufgelöst. Von der Höhe kommt das gut hin. Die können, wie man sieht, da einmal so unter durchgucken. Aber auch gut überhin. Auch die kleinen kommen hier gut mitzureicht. Und die holen hier deutlich, deutlich weniger raus, als wenn man da so ein Ball reinschmeißt. Ist ja klar. Also von daher hat sich das eigentlich schon gelohnt. Im Moment fütter ich hier ersten Schnitt so ein bisschen extensiv, was kein Pferdeheu werden konnte, weil da so ein bisschen Binsig drin war. Einmal ein bisschen antrocknen lassen. Und dann als, ja, ich sag mal, trockenen Silo oder nasse Oralage, wie man das will, gepresst. Ich glaube, halben Messersatz hatten wir da mal. Also ist super Kuhfurt auf jeden Fall gewesen. Da gehen wir echt gut drauf ab. Aber das nur mal eben so nebenbei. So, ich mache den Träger jetzt eben fertig. Ich komme jetzt gerade von der Arbeit, beziehungsweise eben schnell Mittag, äh, Abendbruch vergessen. Und will jetzt sehen, dass ich das da reinkriege. Ich werde die Amazone-Drille nehmen zum Drillen. Ist nicht optimal, ähm, weil die jetzt so weiten Reihenabstand hat. Es gibt auch extra, kannst du bei Reifeisenbunds mieten, äh, eine extra Grasdrille. Die hat halt kürzere Abstände zwischen den Rohren. Ich weiß nicht wie viel, fünf Zentimeter oder sowas, schätze ich mal. Ist zwar schöner, aber, Gott, für mein bisschen kleinen Kram nehme ich jetzt meine. Ich muss mir noch mal gleich vielleicht auf dem Feld durch den Kopf gehen lassen. Wenn es gut zu sehen geht, habe ich gedacht, ob ich zweimal sehe. Einmal, ja, längs und quer oder so ein bisschen versetzt, dass ich die Abstände kleiner kriege. Sprich dann nicht 40 Kilo auf dem Hektar auf einmal, sondern die Maschine auf 20 Kilo dann Hektar einstellen und halt zweimal fahren, dass man ihn ein bisschen näher aneinander kriegt. Aber naja. Erstmal gucken, ob wir die überhaupt fahren können. So, ich mache eben schon alles zurecht und dann melde ich mich. So, wir sind jetzt gerade dabei und räumen jetzt unsere Kartoffelfläche vom letzten Jahr. Da, wo wir vom Roden die Steine rausgelassen haben. Die sammeln wir jetzt mal eben auf. Das war letztes Jahr nicht mehr möglich hier von der Befahrbarkeit. Deswegen machen wir das jetzt. Jetzt ist es so weit abgetrocknet, dass wir hier fahren können. Wo war das? Da hinten hat er sich der Roder reingelegt. Ja, sieht man da ja die Spur noch. Von daher war das letztes Jahr nicht mehr möglich, das wegzuholen. Und nächstes Jahr wird das Stück noch dahin weiter, da an die Grenze hin. Da machen wir dann dieses Jahr unsere Kartoffeln hin. Normalerweise wollte ich da dann ganz gerne übermorgen noch ein bisschen streuen. Bisschen Quille ist ja schon hingekommen. Und dann schon gleich flügen und am besten auch nächsten Tag legen, wenn das irgendwie von der Zeit hin passt. So, besammle ich so schon mal eben ein und dann mit der Plattschippe eben den Rest händisch wegsortieren. Ich verstehe es nicht, ne? Also wir sammeln gerade die Reststeine auf. Hier waren drei, vier Kartoffeln inzwischen, die ein bisschen ausgekalkt sind. Und da setzt sich erst zwei Kartoffelkäfer schon drauf. Wie funktioniert sowas? Wie könnt ihr denn diese drei Kartoffeln finden? Also verrückt manchmal. Deinenfalls sind die Raststeine sowieso noch. Auf, hier. Dann haben wir es auch schon. So, das haben wir schon mal alles dran. Also Zwillingsreifen dran und meine gute Amazone. Und jetzt wollen wir die mal eben einstellen. Abdrehen werde ich nicht machen. Und bzw. ich kann erst mal in der Sakko zeigen. Wir wollen ja Grassamen drillen. Ich habe hier noch jede Menge Grasssaat liegen. Die hatte ich letztes Jahr, glaube ich, mal gekauft. Und ja, letztes Jahr bin ich halt nicht zum Aussehen gekommen. Das ist eine extra Intensivpferdeweidemischung. Äh, gut. Nehmen wir jetzt als Schnittweide, aber dann ist das auch so. Ähm, da sind 2,5% Rotschwingel drin, 25% Wiesn-Lieschgras und dann 5 Sorten Weidelgras, deutsches Weidelgras. Ich denke mal, das sind verschiedene Reifestufen von früh bis spät. Dann auch 15% Wiesn-Rispe und 27,5% Rotschwingel. Das ist da halt drin. Sind 20 Kilo Säcke. Auf eine Neuansaat sagt man eigentlich immer so 40 Kilo pro Hektar, sieht man. Äh, Nachsaat nennt man je nachdem, wie lückig und wie gut der Bestand ist. Irgendwas zwischen 5 und 10, vielleicht auch mal 15 Kilo, wenn es wirklich schlechte Narben sind. Aber wenn du 15 Kilo brauchst, dann kannst du schon über eine Neuansaat bald nachdenken. Ähm, ja. Das kippen wir da gleich rein. Das sind dann ja genau 1 Hektar. Und dann werden wir die mal eben einstellen. Ich habe hier nämlich, ich weiß gar nicht, wo ich es mal gefunden habe. Da wird mir Internet jedenfalls so eine Original-Seetabelle dazu gefunden, digital. Die habe ich mir abgespeichert. Ich muss mir die eigentlich unbedingt mal ausdrucken. Äh, sonst wenn man Handy irgendwann mal den Geist aufgibt, habe ich die verloren. Das wäre schade. Ähm, ich mache gleich mal ein Screenshot. Vielleicht ist das ein bisschen einfacher für euch das zu sehen, als wenn ich das hier in der Hand halte. Also als erstes, wobei ich habe schon mal eine Einstellung gemacht. Ich kann das Video am Ende, werde ich das mal einblenden, beziehungsweise hier oben so einen Infopunkt vielleicht. Da könnt ihr mal eben das Video angucken, wie man so eine Maschine dann richtig abdreht. Jetzt werden wir nur einmal grob einstellen, weil die Daten eigentlich ziemlich genau immer passen. Wir werden ein bisschen höher abdrehen, nicht auf 40 Kilo, sondern 41 Kilo kann man hier glaube ich einstellen. Dann haben wir ein Kilo plus. Wenn da ein bisschen mehr hinkommt, dann ist das halt so. Wir wissen ja auch nicht, ob alles ankommt. Ist ja nicht die besten Verhältnisse der Moment. Und falls nicht alles aufkommt, müssen wir sowieso nochmal nachsehen mit dem Striegel oder so. Aber dass da zumindest erstmal schon was hinkommt. Deswegen werden wir das auch aus Zeitmangel jetzt ohne abdrehen machen leider. Normalerweise machen wir das immer mit, aber ist halt so. Kommt jetzt nicht auf einen Gramm drauf an, wie bei Getreidesaat oder so. Also, wir müssen erstmal gucken, was für einen Reihenabstand wir haben. Da zählt man am besten die Pfeifen, also die Auslassrohre. Bei mir sind 17 Stück. Und dann können wir einmal die Gesamtbreite, sprich 275 geteilt durch die 17 Rohre, kommen wir dann bei 16,2 cm Reihenabstand raus. Also sprich von einem Rohr bis zum anderen. Achtung, wenn ihr mit dem Zollstock das ausmessen solltet, ihr könnt also am einfachsten ist von da nach da messen. Aber da müsst ihr natürlich noch einmal durch zwei teilen, weil in der Mitte noch eins läuft. Dann habt ihr den Abstand halt. Da müsst ihr ein bisschen drauf achten. So, und dann gucken wir eigentlich im Grunde nur nach Reihenabstand in Zentimetern bei Reihenabstand 16,2 bzw. 16. Normalseerad müssen wir drin haben. Das ist halt dieses große weiße da daneben, sieht man ja da. Beziehungsweise kann man noch ein kleines vorschieben, wenn man so ganz feine Sämereien hat, wie Raps oder sowas. Jedenfalls gucken wir dann weiter in der Spalte. Zu 41 Kilo wollen wir dann. Dann brauchen wir Getriebeeinstellung. Gehen wir nach links rüber. 31. Das müssen wir jetzt hier erstmal einstellen. Meine Sämaschine ist schon etwas älter. Sowas haben die wenigstens gesehen. Die meisten machen das schon alles über Terminal oder Handy-App. Und noch eine Stufe vorher ist mit so einer Knebelschraube halt am Getriebe, die man dann so stufenlos hin und her schieben kann. Und noch eine Stufe früher oder älter habe ich dann quasi. Das ist mit Zahnrädern noch. So, dann haben wir hier nämlich die nächste Tabelle. Da ist dann aufgeführt. Wir wollen Getriebeeinstellung Stufe 31 haben, steht hier. Dann gucken wir einmal. Hebel 1 muss auf Stellung 6. Das ist der obere. Hier ist nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das heißt, da muss er hin. Ziehen wir den einmal. Wichtig ist immer schön geölt sein. Dann geht das auch geschmeidig. Trotz Spinnweben. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da muss der hin. No, warum will der da nicht rein? So. Muss nur gerade davor sein. 1, 3, 3, 1, 6 und 1, 4, 10. Der untere ist hier. Hier mit 20, 19, 8. Achso, hier ist der 14. Und da geht das genauso. 14, 15, 16, 17, 18. Ne, kann nicht wahr? Ich muss nochmal hin zählen. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Doch, es müsste richtig sein. Und dann können wir... Ach, warte mal eben. Wir müssen noch einmal schnell was gucken. Und zwar wie die Bodenklappe. Wie weit die auf sein muss. Bodenklappe Stellung 2. Da steht oben links halt. Das wäre dann dieser Hebel hier. Hier kann man von 1 bis 8 stellen. Achso, ist auf 2. Ich habe nämlich bis jetzt nur Gras immer damit gesät. Und das ist wichtig. Bevor ihr das Saatgut da reinmacht, guckt, ob die Bodenklappe zu ist. Wenn die nämlich ganz auf ist. Was ist hier immer das hier irgendwie drin? Die sieht man schlecht jedenfalls. Dann kommt das alles so wieder unten raus. Euer Saatgut. Wenn die Bodenklappe zum Restentleeren auffahren, ihr die vielleicht danach nicht wieder zugemacht habt. Also hier Stufe 2. Gut, und im Grunde haben wir das dann alles. Normalerweise wird das dann in diese Schalen fallen. Dann wird es so einmal abdrehen. Ja, auf dem 40 Hektar normalerweise. Und dann deine Menge messen, die hier reingefallen ist. Durch 40 teilen. Und dann hast du genau die Kiloangabe, ob das passt oder nicht. Ob du nachstellen musst im Getriebe. Oder ob das ungefähr passt. So, ich werde aber glaube, ich habe mich mir gerade so ausgedacht, die Schiene, wenn ich auf dem Feld bin, einmal nach hinten klappen. Kriege ich das mit einer Hand hier jetzt so hin? Wahrscheinlich nicht. Doch, so. Ich werde wahrscheinlich so sehen, dass das gar nicht in die Rohre reinfällt. Dann habe ich das nämlich auch so ein bisschen breitwürfiger ausgebracht. Ist zwar nicht so angedacht vom Erfinder, aber dann fällt es halt von hier gleich unten raus und ist breit verteilt und hat nicht diese Saatstitze dann. Und das ist ein bisschen besser an der Querverteilung. So, ich bin das gedacht. Dann kommt halt dieser Striegel über hin. Ich muss mal gucken, wie aggressiv der striegeln soll. Man muss wissen, Grassaat ist nämlich ein Lichtkeimer. Den darf man auf keinen Fall tiefer buddeln. Dann kommt er nämlich nicht. Der darf nur flach an der Oberfläche liegen. Beziehungsweise fast eigentlich nur oben drauf liegen und dann einmal anwalzen vielleicht. Da es morgen aber oder übermorgen regnen soll, wird das anwalzen. Erstmal von der Befahrbarkeit nichts. Und zweitens macht das dann der Regen. Deswegen schmeißen wir die Saat dann mal eben schnell rein und dann düsen wir los, dass wir es dem Helm noch wegkriegen. Bloß nicht umkippen, das wäre es noch. Wer noch nie Grassaat gesehen hat, so sieht das aus. Ganz feines Saatgut. Und das wird dann halt ganz dünn ausgesätet. Ist auch ganz leicht. Deswegen Grassaat ernten ist auch so eine Sache für sich. Allein von der Reinheit her. So, ich hatte erst überlegt, ich stelle euch da mal hin, ob ich erst nur einen Sack rein mache und dann kann ich das ja ungefähr abschätzen auf der Hälfte vom Stück, ob das reicht mit dem Saatgut. Aber ich werde jetzt einfach alles rein kippen. Oh, scheiße. Ich wollte eigentlich noch was dazu mischen. Ich habe so ein bisschen vergessen, muss ich sagen. Ich habe hier nämlich noch so ein bisschen Spezialsackgut. Das wollte ich eigentlich mit dazu mixen. Mal gucken, wie gut mir das gelingt. Nicht, dass ihr das entmischt. Ich muss hier mal eben in meine Dunkelkammer. Bevor die Keimfähigkeit da nämlich auch abnimmt. So, das ist auf jeden Fall mit rein. Ich weiß gar nicht mehr, für wie viel Hektar so ein Beutel war, beziehungsweise wie viel da rauf muss. Da habe ich ihn noch so... Ja, warte, ich kann das mir eben vorlesen. Kräutergemenge. Das ist alles auf Latein. Nee, das muss ich bei DSV auf die Seite ganz gucken. Country Horse 21, 22, Kräutermenü auf jeden Fall. Ja, Latein weiß jetzt gerade leider nicht, was das alles genau heißt. Auf jeden Fall viele verschiedene Kräuter. Also wenn ihr jetzt riechen könnt ihr die Tüte, das ist der Hammer. Ja, ich mach mal eben eine auf. Steht leider auch gerade. Das ist alles französisch. Oder ist das französisch? Weiß ich gar nicht. Oder dänisch? Dänisch wahrscheinlich eher. Ähm, wie viel von der Tüte auf den Hektar muss. Ich glaube eine Tüte auf einen Hektar, das war ein Kilo, glaube ich. Scheiße, teuer. Deswegen will ich hoffen, dass das anwächst. Aber wenn es hier noch länger jetzt rumliegt, dann wird die Keimfähigkeit halt schlechter. Aber ich muss ein Messer holen. Deswegen drillen wir das jetzt alles mit rein. Wird ich hier so ein bisschen mit Untermengen gleich. Und dann hoffe ich mal, dass ihr das nicht entmischt. So, so sieht der Kram auf jeden Fall aus. Ich habe eben gelogen, 1,5 Kilo sind es. Also auch so ganz feine Sargut. Also von grob bis ganz fein auf jeden Fall. Das werde ich hier auf jeden Fall so ein bisschen mit untermischen. Und dann gucken wir mal, wie viel davon auskommt. Drei Tüten habe ich davon. Eine werde ich jetzt reinmachen. Und dann gucken wir mal, wenn es aufgelaufen ist, ob wir davon was nachsehen müssen. Zur Not per Hand vielleicht auch ein bisschen was drüber schmeißen. Das will ich auf einer Ecke auf jeden Fall ausprobieren, ob da überhaupt was kommt auf unserem Standort. Das ist ja auch noch die Frage. Ja, ich packe die zweite Tüte hier eben rein, dann düsen wir schnell los. Das sieht nämlich schon gefährlich in der Regen aus. Also bis jetzt war die Entscheidung, glaube ich, nicht richtig, dass wir den IH genommen haben. Der läuft wirklich gut über, auch wenn es mal irgendwo ein bisschen weicher wird. Im Moment bin ich noch auf dem etwas trockenen Ende, sag ich mal. Da war ich gestern einmal überhin mit einem größeren Tranker, den ich mir liegen hatte. Und mit einem grobber Eimer, wo das hier schon überall zu grün geworden ist. Man darf vielleicht noch hier überall, da war ich jetzt aber nicht. Einmal ein bisschen aufgerissen, dass es auch noch mal ein bisschen mehr abtrocknet. Ich konnte aber nicht überall hin. Das waren halt nur die trockenen Stellen, wo ich hin konnte. Da wird es auch so ein bisschen nasser. Ich fahre da gleich mal ein bisschen ran. Da bin ich so wieder rückwärts raus, weil ich da sonst eine Spur gemacht hätte. Ich bin mal gespannt. Ich teste mich mal ran, wie der da überläuft. Da auf jeden Fall am Graben hin war es auch ein bisschen nasser, weil ich mit einem großen Trank auch gar nicht hin. Da kam der eben gerade so gut durch. Klar, Vorderrad ist ein bisschen eingesackt. Aber mit einem Zwillingsfretter ist nicht schön, also ohne zu wühlen, schön durchgefahren. Mal gucken. Hier konnte ich einmal ein bisschen grubbern bis da hinten so ungefähr. Hier ist nur so ein bisschen anmoorig. Hier ist irgendwie, ich weiß nicht, ob ich hier mal Sand hingefahren oder so. Also auf jeden Fall ein bisschen sandiger. Aber nach hinten da wird es auf jeden Fall deutlich mooriger und nasser. Da gucken wir gleich mal. Ich mache jetzt erstmal die trockenen Stellen zuerst hier. Und dann gucken wir mal weiter. Oder können wir auch eben zusammen machen. Ich teste mich mal ran. Aber das funktioniert auch gut hier mit der Saat, wo wir das weggeklappt haben. Kommt da schön breit hier jetzt raus. So, gucken wir mal. Ein bisschen mittig von der Spur, dass wir da nicht genau wieder reinfahren. So, der ist ganz der Ecke leichter als der alte Trecker, also der andere, als ich hier gefahren bin. Da macht man gar keine Spur mit. Das gefällt mir. Das ist schön so. Kriege ich vielleicht auch noch alles aufgesät hier. Wunderbar. Kleine Nachstellung oder kleinen Nachstellversuch. Ich habe den Striegel jetzt noch ein bisschen höher gestellt, also mit weniger Druck. Der hatte mir eben zu viel Kram hier mit vorgezogen. Hier ist was, was beim Fräsen nicht ganz klein gekommen ist. Und ich hatte Angst, dass das ganze Saat gut dann quasi wie so eine Walze mit davor geschleppt wird. Deswegen habe ich den noch einmal ein bisschen höher, mit weniger Druck gemacht. Und die Schiene habe ich jetzt festgebunden, weil die durch die Vibration manchmal nach vorne gegangen ist. Und dann ist es doch hier in den Typen gefallen. Das ist nicht mega schlecht, aber breit verteilen ist schöner. Mal gucken. Sehen wir das als kleinen Versuch hier quasi. Ich hatte schon mal einen Neuansatz gemacht, auch mit der Drille. Das hat eigentlich relativ gut funktioniert. Da bei uns in einem Haus quasi das ist mit der gedreht. So, wenn wir hier einmal so gucken, liegen die hier oben quasi alle so ein bisschen drauf. Und dann, ja ein paar sind so ein bisschen unter der Erde, aber ich denke mal, das müsste ganz gut sein. Ja, mal schauen, wenn das irgendwann befahrbar ist oder vielleicht schon ein bisschen aufgekeimt ist und eine kleine Wurzelmasse gebildet hat, dass man ein bisschen fahren kann und das tragfähig ist. Einmal mit der, ja ich weiß noch nicht genau, mit der Glattwalz oder mit dem Prismenwalz hier vielleicht ein bisschen andrücken für den Bodenschluss. Was man hier nachher auch irgendwann mal gut mähen kann. Mal gucken, ich bin gespannt, was hier von wird, aber das würde ich so auf jeden Fall jetzt nicht wieder machen. Schöner ist, glaube ich, einmal Nabel abspritzen und dann neues Saat gut einschlitzen. Dann hat man zumindest die Wurzelmasse noch als Tragschicht quasi. Das ist im Moor immer so eine Sache, dass die Grasnarbe ganz wichtig ist für die Befahrbarkeit. Wenn die einmal auch beim Hexen vielleicht, wenn der Hexer da durchbricht durch die Narbe, dann geht es meistens nur nach unten. Deswegen ist es auch nicht immer wichtig, dass man eine schöne Grasnarbe im Moor hat. Ja, das läuft doch gut. Das kann gerne so bleiben. Also, der kleine IH hat immer noch seine Daseinsverrächtigung. Da wollen wir mal hoffen, dass das alles schön aufläuft und dass wir hier dann irgendwann einen zweiten Schritt mit Glück ernten können. Wir sind gespannt. Und sowas sammeln wir natürlich gleich raus. Da wollen wir nämlich nicht mit Mähwerk rauf rummeln. Aber warum hier Steine liegen, weiß ich auch nicht. Boah, Lisa, ich weiß nicht, ob hier wirklich einer mal was reingefahren hat, kann ich schlecht sagen. So, packen wir die hin. Irgendwo, wo wir sie gleich einsammeln können. Die Gruppe ist zwar auch nicht so schön, aber... Ich habe jetzt gerade keine Kiste mit oder irgendwie sowas. Ich muss nur daran denken, dass wir die nachher mit zum Feldrand nehmen. Nicht, dass wir dann nächstes Mal mit der Gruppenfräse irgendwie reinrummeln. Das wollen wir auch nicht. Aber die Zwillingsräder machen es echt. Das ist echt Wahnsinn. Ab und zu sind hier so ein paar kribbelige Stellen. Hier auch. Da war es einfach richtig nass. Sieht man ja schon am Arm an der Gruppe. Da musst du echt schon poolen. Die Sehmaschine ein bisschen angeluppt. Aber so, dass du dann auch weiter mit gedrillt hast. Differenzial ran und halt ganz langsam, dass die Räder nicht durchdrehen. Das ist ja komisch. Räder nicht durchdrehen. Und dann kam er da schön langsam, ohne einen Flusschaden zu machen, weiter. Aber ich glaube, mit dem GT hätte es nicht so geklappt. Also, ich glaube, richtige Entscheidung. Na, wenn ich das hier so sehe, müssen wir doch auf jeden Fall einmal... ...vormähen, beziehungsweise wenn irgendwie Befahrbarkeit da ist, einmal irgendwie anweizen. Zumindest, dass die Steine erstmal wegdrücken. Das ist fast das Wichtigere. Hier liegen irgendwie jede Menge. Die wollen wir nicht im Mähwerk haben. Passt leider doch nicht ganz mit meinem Sarg gut. Da hinten muss ich noch einmal lang. Da, das letzte Stück. Muss ich leider doch noch eben ein bisschen was nachholen. Ich habe zum Glück noch einen angefangenen Sarg gefangen. Da sind vielleicht fünf Kilo drin oder so. Das wird dann ja lang. Ist halt so. Ich glaube, lieber ein bisschen mehr als so wenig. Und wenn hier doch noch ein paar Vögel vielleicht kommen und ein bisschen Saat mitnehmen, dann ist das so. Oh, da wurde es doch eben gerade ein bisschen kriminell und ein bisschen knapp, dass sie da rauskam. Ich habe gedacht, hier die Ecke wird wahrscheinlich etwas schlechter. Deswegen habe ich die auch zuletzt gemacht. Die sieht hier schon so ein bisschen kriminell aus. Ich weiß gar nicht, ich bin nicht. Achso, wahrscheinlich hier habe ich einmal versucht, zweimal zu fräsen, damit es besser geht. Ja, sieht man ja. Hier ist, hier brauche ich nicht rein. Das ist, ich fahre gleich einmal noch außenrum. Da ist, glaube ich, schon wieder besser. Das ist nur hier innen drin so ein Kreis. Da war es beim Fräsen auch noch relativ feucht. Ich glaube, das sehe ich fast mit der Hand hier einmal aus. Das sind nur ein paar hundert Quadratmeter. Alter, da war ich auf jeden Fall nicht mit dem Trecker rein. Also hier ging es auf einmal runter. War natürlich auch an der Gruppe. Aber hier sah das gar nicht so schlecht aus. Naja, das ist einfach wieder dicht haken, hier, dass wir die Spuren wegkriegen. Also das lasse ich auf jeden Fall hier aus. Da muss ich nicht noch mehr kaputt spielen. Wird nicht besser hier. Der Brummi. Schön langsam weiter hier. So, macht er das gut. Keinen Notanruf hier noch haben. Ja, so. War wirklich nicht schön, aber er steht wieder oben drauf. So. Schnell wieder aufs Grüne, da ist er auf jeden Fall fest. Okay, die Maschine vielleicht auch schnell wieder runter. Das war nicht schön. Das hätte ich mir sparen können. Scheiße. Na ja, aber ich glaube, jetzt hier hätte ich da ganz reingesetzt. Da wäre ich nicht alleine rausgefahren. Guck mal was, nicht viel, glaube ich, ne? Ich fahre jetzt nochmal rückwärts hier ans nasse Loch ran und dann sind wir geradeaus wieder weg. Dann wird die Fläche auf jeden Fall deutlich kleiner, wo ich noch nachsehen muss per Hand. Das ist nicht mehr ganz so dramatisch. So. Schade, auf der Kamera sieht man nichts mehr. Guck mich, dass ich hier jetzt scheiße baue, wenn ich die Kamera angehen. Hier wird es schon schmieriger. Hier bleiben wir mal lieber. So, dann wollen wir runter. So, da die Ecke mache ich genauso mal eben. Hierzu einmal hoch und wieder runter. Und dann habe ich es auch. So, nächster Tag. Wir haben den, oder was heißt wir, ich habe den GT schon mal eben vor dem Pflanzer gebaut. Luft muss ich gleich mal eben aufpumpen. Das ist leidige Thema. Der hat jetzt den hydraulischen Oberlenker dran. Das geht umso schöner, dass man die Tiefe mal ein bisschen nachregeln kann vom Trecker aus. Und dann schmeißen wir unsere erste Sorte Belane hier schon mal rein. Pflanzkartoffeln, diese sind ja auch relativ gut von den Keimer. Schön feste Keime diesmal. Sonst ein Jahr, oder die letzten zwei Jahre waren es glaube ich sogar, hatte ich so elendig lange Keime. Aber diesmal ist gar keiner so richtig dabei hier so ein bisschen. Die halt so nur Lichtkeime waren. Die sind gleich im Pflanzer so abgebrochen, das wäre mal ein bisschen blöder. Aber so welche will man halt haben, ne. Die so ein bisschen lila sind, die sind auch stabiler. Also schöne kurze, dicke Keime. Die kann auch so durch den Pflanzer gehen, da passiert da nichts dran. Die reißen nicht ab, dann haben die schon einen kleinen Vorsprung. Wenn man so diese langen Dinger hat, die reißen ab und dann hat sie auch nichts gewonnen. Auch mit Vorkeim. Genau, deswegen, die sehen dieses Jahr zumindest die ersten zwei Säcke ganz gut aus. Mal gucken, wie die restlichen werden. Dann fange ich da nämlich mit an. Ich war heute Morgen schon eben zur Fläche gefahren. Die ist schon fertig gepflügt, freundlicherweise. Da ist jetzt 20 Kubikmeter Gülle draufgekommen. Nebenan ist nämlich, oder wird heute, ja ich glaube sogar heute Mais gelegt. Deswegen wurde das in eins einmal mitgeflügt und auch in eins mit Gülle gefahren, weil das nur ein 15 Meter Streifen ist. Lohnt es sich nicht, dass ich da jetzt irgendwie noch mit zum Pflügen hinfahren. Der war da sowieso gerade in Gang. Hat das freundlicherweise eben mit rumgemacht. Ja, das eins geht es. Ich habe da jetzt leider kein Mist hingekriegt durch Wetter und jetzt halt keine Zeit. Ich muss mal gucken. Wahrscheinlich werde ich dann mineralisch einmal was nachstreuen. Wäre natürlich schön, hätte man hier Unterfußdünger. Da könntest du untere Pflanzen bzw. neben den Pflanzen gleich was hinlegen. Aber Gott, ist halt so. Müssen wir da so irgendwie mit dem Düngerstreuer einmal hinbringen. Oder hat schon mal jemand Mist in eine Dämme ausgebrannt, also oben drauf. Das würde mich sonst auch interessieren, wenn man einen schön verrotteten Mist oben drauf bringt und dann beim ersten Häufeldurchgang einmal einhäufelt. Vielleicht hat das jemand schon mal gemacht und kann berichten. Da bin ich um Tipps und Ratschläge dankbar. Dann kippe ich meine Kartoffeln hier weiter rein und melde mich. Wir sind da an unserem diesjährigen Kartoffellacker. Im Moment nur geflücht, aber da hinten ist der Case gerade. Und mit dem Federzinkengrubber. Mal gucken, wenn er so lieb ist. Grubber nimm mir das vielleicht noch einmal mit durch. Letztes Jahr hatte ich zwar auch ein Teil ins Geflüchte einfach so reingelegt als kleinen Test. Da konnte ich jetzt nicht so sehen, dass das irgendwelche Nachteile hatte. Ja, ich konnte jetzt nicht sehen, dass es schlechter zu legen ging oder Kartoffeln schlecht oder so. Aber wenn das einmal mit überziehen würde, wäre umso besser. Dann ist das etwas gerade. Man sieht hier noch so ein bisschen die Wellen vom Pflügen. Ansonsten ist es auf jeden Fall zu trocken ist nicht. Aber schmiert auf jeden Fall zum Glück nicht mehr. Das darf man nämlich nicht wieder reinschmieren. Aber es ist noch Feuchtigkeit, sodass sie hoffentlich schnell auskeimen können. Ja, wird hoffentlich gehen. Was wollte ich noch erzählen? Achso, ich hatte mir auch im Winter überlegt oder im Hinterkopf gehabt, wenn man genug Zeit hätte und es trocken genug wäre, ob man das einmal schon vor dem Pflanzen angehäufelt hätte und einmal mit dem Roder quasi die Steine rausgesiebt. Ja, vor allem Entsteiner lohnt sich nicht, zu kaufen überhaupt nicht. Und hier in der Gegend haben nicht viele welche und wenn sind die meist auch unterwegs. Und für so einen halben Hektar kommen die meisten auch nicht raus. Hat das schon mal jemand ausprobiert? Ich meine, das ist natürlich auch deutlicher Verschleiß für den Roder. Oder sagt man, dann kann man auch lieber gleich beim Kartoffelroden die Steine daraus sortieren. Jetzt wird man halt ein bisschen langsamer, hat man einen Arbeitsgang gespart. Keine Ahnung. Kann vielleicht ja auch jemand berichten, falls das jemand schon mal ausprobiert hat. Na ja, wir warten mal eben, schnacken gleich mal eben, was er sagt, ob er das ja auch mit durchgrubbern würde. Und dann fangen wir an zu legen. Achso, nochmal eben schnell, wie viel wir legen. Also das sind jetzt 15 Meter von der Kante darüber und danach kommt Mais. 15 Meter, wir legen ja in 75er Reihenabstand, sind dann ja quasi 20 Reihen. Da wir vier Reihen legen, sind 20 Reihen dann 5 Legebreihen. Also ja, dreimal hoch und zweimal runter. Und dann haben wir es auch schon. Dann sollte das genau hinkommen mit den 15 Metern. Oh man, die erste Spur hinzittern. So, dann wollen wir mal gucken. Die erste Reihe, hier ganz außen. Ein paar Zentimeter war da rein gemusst, hier war nicht, also war teilweise ein bisschen hart, weil die halt dran geflügt wurde. Aber wobei, hier geht es eigentlich. Wir gucken hier mal eben, wie die Kartoffeln liegen. Die ist hier, der war wirklich schön. Das geht gut zu legen hier. Die Tiefe müsste eigentlich okay sein. Ich hole gleich nochmal den Zollstack. Fast noch einen kleinen Tick höher, glaube ich. Wobei, hier ist Erdniveau. Bin hier vielleicht 2 Zentimeter unterm Erdniveau oder so. Und Dämme gehen eigentlich auch relativ gut. So ist eigentlich nur richtig multenig, aber ein bisschen feuchter. Manchmal geht es schon, wie warm die Erde ist. Also ich hoffe, dass die eigentlich schnell rauskommen sollten. Ja, das sieht eigentlich soweit alles gut aus. Enggut wollte ich noch gerade erzählen. Aber was? Gute Frage. Achso, mit den Spuranreißer. Ich habe jetzt beide Seiten immer raus. Erstens, weil ich faul bin, weil die nicht hydraulisch sind, müssen wir immer absteigen und hoch und runterklappen. Und zweitens kann man so sich selber noch ein bisschen nachkontrollieren. Also, Spuranreißer zeigt dann ja quasi, wo ich mittig vom Trecker in die nächste Spur fahren muss. Man sieht hier diesen kleinen Schlitz, der muss dann genau mittig vom Trecker sein. Ich habe mir den Oberlenker hier jetzt noch so ein bisschen hingelegt, dass man es noch ein bisschen besser sehen kann. Aber ich gucke sonst immer hier auf den Ring hier. Der ist halt genau mittig. Und dann zieht er auf der Seite quasi schon die nächste Spur. Hier sieht man es noch ein bisschen besser. Ab und zu, wenn das so ein bisschen angetrocknet ist, dann muss man ab und zu ein bisschen rätseln. Ob das wirklich die Spur vom Anreißer ist oder hier daneben die Spur vom Grobber. Deswegen habe ich auf der Seite den jetzt mit Ronna geklappt. Und da kann man ab und zu ein kleines Auge dann mal raufwerfen. Der muss dann halt genau mittig, so wie jetzt, zwischen den Dämmen laufen. Dann ist man genau richtig. Von daher passt das bis jetzt alles. Dann pflanzen wir die Reihe noch einmal runter und wieder hoch. Dann haben wir unsere drei Reihen. Dann mache ich einmal alles sauber. Beziehungsweise dann fahre ich nochmal eben zu einem anderen. Der hatte gefragt, ob ich da auch noch ein Hektar eben mitlegen kann. Die schmeiße ich dann da eben rein. Hat auch Belana. Und dann mache ich die Maschine sauber und pflanze meine Gloriette. Und dann sind wir auch schon fertig. Das ist immer schnell gemacht mit dem großen Pflanzer. Leider. Also ich könnte noch ein bisschen mehr legen. Hätte ich Bock zu. So, dann legen wir noch schnell welche in den Lohn rein. Von mir habe ich mir da einen hingezettert. Voll die schiefen Reihen. Ich glaube, ich habe noch nie so schief gelegt. Und hier geht es einigermaßen. Der Maibaum kommt. So, nächste Tour. Wie ihr eben gesehen habt, oder vielleicht auch nicht, bin ich wieder auf dem Hoh. Ich habe eben einmal wieder voll gemacht. Ich habe eben nur den Auftrag in Lohn abgewickelt, weil ich vorher Belana gepflanzt bin. Und er hat auch Belana gepflanzt. Dann musste ich den Läger nicht ganz sauber machen. Dann konnte ich halt erst das fertig machen. Habe den hier einmal sauber gemacht. Und jetzt nächste Sorte. Und zwar pflanzen wir jetzt Gloriette einmal. Und dann haben wir es auch schon. Gloriette wird doch ein bisschen mehr als zuerst gewollt. Ich bin mit der Belana nicht so weit hingekommen. Ich weiß nicht. Vielleicht waren die Größen etwas größer, dass das insgesamt vom Gewicht her schwerer war. Und weniger Knollen quasi. Da wollte ich eigentlich drei ganze Reihen haben. Und zwei von denen jetzt ist, ja, zwei, zwei ein Viertel vielleicht von Belana. Und der Rest wird jetzt mit Gloriette. Dann ist das aber auch so. Schmecken auf jeden Fall auch gut. Normalerweise wollte ich auch gerne Prinzess ausprobieren. Aber da konnte ich leider keinen Saatgut rankriegen. Das war sowieso schwierig dieses Jahr mit Saatgut, muss ich sagen. Red Fantasy hatten wir letztes Jahr ja. Das sind die Rotschaligen. Die schmeißen wir aber ganz aus dem Programm. Die liefen im Haus nicht so gut. Und da fehlt es extra noch. Ja, muss ja ein extra Lager natürlich. Und dann noch extra gesondert rodern und so. Und ja, haben wir uns jetzt den Aufwand nicht gemacht. Deswegen fliegen die aus dem Programm. So, dann klöder ich nochmal ihn wieder hin. Und dann, wenn wir gleich schnell den Maibaum aufstellen und grillen. Kriegst du hoch, ne? Soll ich jetzt sagen, mal kein Quatsch hier jetzt. Ich klappe den Bunker ein bisschen ran. Ein bisschen mehr Gewicht nach vorne kommt. Oh, geht aber. Hoch kommt er nicht. Aber ich muss ja auch nicht so weit über die Straße. So, dann setze ich hier gleich wieder rein. Wie gesagt, ich glaube, ich habe noch nie so krumme Reingefahren. Das ist peinlich eigentlich schon. Naja. So, hier habe ich aufgehört. Da so. Da fahre ich jetzt hin. Lasse jetzt 2-3 Meter Platz. Da stecke ich nachher in eine Stange rein, dass ich weiß, wo der Übergang ist. Und dann pflanzen wir halt weiter. Da so. Da so. Glück habe ich. Ich dachte, wir wären mit dem Damm gekommen. Puh. Na, das Legen. Ich meine, wenn das aufhörnig ist, dann hast du so ein Hektar in einer halben, dreiviertel Stunde reingeschmissen ungefähr. Und nur das alte Film, das hältst du auch, das dauert so lange. Aber naja. Aber für einen selber sind das finde ich auch immer schöne Erinnerungen. gucke ich mir selber auch ab und zu gehen mal wieder an, muss ich sagen. So alte Videos. Aber alle im Moment voll in Gang. Hier Kartoffeln legen, da Mais legen, da Gülle fahren nach erstem Schnitt, da Scheibenegge, Grünland rummachen und dann kommt, denke ich mal, Mais rein. Ja, so Tage sind immer herrlich, finde ich. Schönes Wetter, man hat das geschafft, was man sich vorgenommen hat. Ich kann jetzt noch pünktlich zum Maibaum aufstellen. Oh, voll auch langsam hier. Ähm, mhm. Und ich kann die erste Mischung fand, so fast schmecken. So, schnell mal in der Dusche und dann ab zum Grill. Wir haben erst den nächsten Tag und es hat heute, beziehungsweise es regnet immer noch, einige Liter schon an Regen gegeben. Also vom Timing her alles gut. Kartoffeln schön in der Erde gekriegt, kriegen die schon gleich ein bisschen Wasser dazu und sollen hier hoffentlich gleich losgehen. Ähm, ja, ich habe jetzt den Kartoffelläger gerade eben abgebaut vom BT, weil ich jetzt den Roh da eben unter Dach schieben will, beziehungsweise eben einmal laufen lassen will. Abschmieren, so eben alles durchgucken und dann soll der in Mähdrescher Schuppen rein. Dann, wenn ich vom Waschplatz endlich wieder Platz habe, dann wasche ich den Kartoffelläger damit, die alle Kartoffeln da raus, den Rest. Und dann will ich normalerweise, wenn es noch nicht ganz dunkel ist, die Sehmaschine auch noch waschen und leer machen, dass das alles vom Zettel ist und das wieder alles zurückgestellt werden kann. Mal gucken. So, Rode habe ich dran. Ich habe den einmal so grob übergewaschen und jetzt eben einmal laufen lassen. Deswegen ist er jetzt natürlich noch wieder dreckig geworden, weil der ganze Scheiß aus Ecken und was angetrocknet war, jetzt wieder runtergekrümmelt ist. Allerdings habe ich was nicht erfreuliches gehört. Irgendwo hier drin knirscht das so ein bisschen. Ich vermute, dass hier eine Kette hintersitzt, dass der den Antrieb, also das müsste der Antrieb fürs Rad sein, dass der hier rüber geht und dann mit der Kette von da abgreift. Und irgendwo hier hat das ein bisschen geknirscht, warum auch immer. Also, als wenn das immer so alle 10 Sekunden einmal ein bisschen überspringen. Deswegen wollte ich den Kasten einmal aufmachen. Ich hoffe und denke, dass das einmal, ja, das ist ja eine Hälfte hier, die man dann so wegziehen kann. Ich ziehe die Schrauben hier jetzt alle einmal und dann hier die Klappe hoch und dann hoffe ich, dass ich das Blech hier vorwegkriegen da mal reingucken kann. Eine Schraube habe ich schon los und das sieht gar nicht mal so schön aus. Also läuft scheinbar eine Kette drin, die auch schon ein bisschen gefressen hat und das nicht seit gestern erst. Ja, deswegen wird es vielleicht mal Zeit, dass man da reinguckt. Hm, also ich hatte den Roder jetzt sowieso ja ein Jahr erst in Benutzung. Den haben wir ja erst neu gebraucht gekauft. Deswegen habe ich noch nicht überall nachgeguckt. Aber das sollte man vielleicht mal tun. Ich habe sowieso noch ein paar Baustellen, die ich machen muss. Einmal hier die Walze, die muss eigentlich neu. Die ist runter, sieht man ja, da ist die schon total ausgeflattert. Vom Krautband so ein paar Abstreifen müssen hier neu. Und was ich gesehen habe, hier die Walze ist durch. Hier ist alles noch dreckig, weiß ich. Hier, die löst sich so langsam auf. Die müsste einmal neu und ich habe auch den Eindruck, dass die ein bisschen schief steht. Dass sie deswegen auch mit aufgegangen ist. Da ist das Lager, denke ich, nicht mehr so tipptopp. Ich muss mal gucken, ob ich die irgendwo finde. Dann kommt das auf jeden Fall neu. Und was ich eigentlich gerne vielleicht noch haben würde, geht auch ohne. Aber falls jemand sowas liegen hat, eine Dammrolle für den Roder. Mit ist doch irgendwie schöner. Klar, geht ohne Roden, also ohne Dammrolle auch. Aber dann hast du eine etwas bessere Bodenführung, wenn du die drin hast. Sonst musst du mal mit dem Steuergerät gucken, dass du richtig tief hast. Und so stellst du in einem einen Aufnahmen runter und auf geht's. Was ist das? Wo kommt das her? Wollen wir gleich mal gucken. Na ja, ich tüdel den Kram nochmal eben auseinander und hoffe, dass da keine zu böse Überraschung hinter sitzt. Auf hätte ich schon mal, aber auf den ersten Blick sieht es jetzt gar nicht so verheerend aus. Also klar, dreckig auf jeden Fall. Das werde ich gleich mal sauber machen. Hier sitzt jetzt jede Menge Schmock drin. Das Einzige, was ich noch nicht genau weiß, hier war so eine dicke Mutter vor. Wie so eine Ablassschraube sieht das aus. Aber ich habe leider keine Betriebsanleitung. Falls einer von euch noch eine hat, möge mir irgendwie die gerne schicken. Ich weiß nicht genau, ob hier Öl rein muss, ob die im Öl laufen muss, die Kette so ein bisschen zum Schmieren. Das hier, aber kann ja auch nicht, oder? Ich weiß nicht, da kommen wir schon die nächste Schraube. Da ist ja auch keine Dichtung vor, nix. Dann bist du jetzt, weißt du noch nicht genau, wofür das Loch hier ist. Also falls einer sowas vielleicht liegen hat, ja, wenn wir da mal eine Kopie von schicken mag oder ein paar Bilder, wäre ich auf jeden Fall dankbar. Ansonsten wüsste ich jetzt noch nicht, was hier so übergeknallt hat. Der Kettenspanner sitzt hier. Der sieht eigentlich noch relativ gut aus, hoffe ich. Ich weiß natürlich nicht genau, wie groß der vorher war. Aber da sehe ich jetzt nix, was schlecht ist. Das Einzige ist hier die Schraube zum Spannen. Die hat irgendwie einen Knick, die werde ich einmal austauschen. Ich weiß nicht, warum die krumm ist. Und da hinten muss ich gleich mal gucken. Aber ich kann jetzt nicht sehen, dass hier irgendwie Zahn abgebrochen ist oder irgendwas. Also nicht, vielleicht war die einfach nicht genug gespannt. Das ist das Einzige, was ich bis jetzt mir denken kann. Deswegen sind die Bolzen auch alle wahrscheinlich so ein bisschen angefressen. Sonst mehr finde ich hier im Moment nicht. Ich mache das jetzt einmal richtig schön sauber. Bisschen Kettenspray ran und dann möchte ich das erstmal wieder so zusammenbauen, bis ich eure Ratschläge habe. Aha, jetzt weiß ich, was da so klötert. Ich habe es mal eben so halbwegs schnell zusammengebaut, dass ich mal eben reingucken kann beim Laufen. Das ist einfach nur der Kettenspanner, der oben gegen die Spannschraube schlägt, weil der ein bisschen Luft hat. Weil die Schraube nicht weiter nach oben geht, weil die krumm gebogen ist. Also eigentlich nur Spannschraube auswachsen gegen eine gerade neue und dann soll es nicht mehr schlüdern. Also klar, die sitzt jetzt nicht gerade vor, weil ich das Blech halt noch offen habe, das ist klar. Aber dann soll es das hoffentlich gewesen sein. Dann kommen wir zum nächsten Problem. So, einmal neue Schraube. Das hätte einen Ticken länger sein können, aber vielmehr will ich die auch gar nicht sparen. Also eigentlich zwei umdrehen kann ich noch. Und dann ist sie wirklich sehr schön, die Kette weg und so sollte das gehen. Und schon ist Kühl dann weg. Wunderbar. So, gleich. Oder. Gerade kurze Regenpause beim Bruder mache ich gleich weiter. In der Zeit fülle ich schnell die Kür. Aber ich muss sagen, mit der Raufe gefällt mir das sehr gut, muss ich sagen. So, jetzt haben sie wirklich... Oh, hier. Die Dinkt ist leer. Ich kriege sie eingeknistert gleich. Die muss ich gleich mal festmachen. Mit der Raufe gefällt mir das sehr gut. Man kommt wirklich zwei Tage mindestens länger hin mit den Ballen, weil die halt dann nicht so viel rauswühlen und kaputt treten. Klar, ein bisschen liegt hier immer. Das ist so, aber lange nicht so viel, als wenn sie sich gleich in den Ballen raufstellen und da rein scheißen und sich da reinlegen. Also von daher ist das echt wirklich super. Und sieht man ja. Von der Größe passt das scheinbar auch. Sie kommen da gut mit dem Kopf über hin. Die Kleinen passen da gut unter. Und von der Länge passt das scheinbar auch. Wir haben jetzt zweimal ein bisschen was rübergeforgt. Also von daher passt das eigentlich ganz gut. Normalerweise war das ja so geplant, dass wir einen Pfosten hier zwischen rausnehmen und die dann genau da reinpasst. Deswegen haben wir das Tor zum Klappen gemacht, dass wir dann eigentlich vorne so einfach reinfahren können. Allerdings sind hier auf der Seite nur 5 Meter Enden. Moment. Nur 5 Meter Enden, wo man die Zaunelemente rausmachen kann. Die Kurzelemente haben wir irgendwie an der langen Seite verbaut und da wollen wir jetzt nicht mehr aufs Grüne anfangen. Deswegen haben wir die rauf jetzt ganz rein gestellt. Dann schmeißen wir den Ball eben so einmal über den Zaun. Aber das geht auch. Aber das ist schon mal viel wert jetzt. Das spart einiges an Futter auf jeden Fall. Und es ist natürlich auch schöner für die Kühe, dass sie nicht immer im eigenen Dreck stehen und fressen dann. Ja, so sieht es jetzt aus, wenn da ein Ball drin ist. Für den Anfang reicht es erstmal. Die verteilen das jetzt so ein bisschen nach links und rechts, dann kriegen die Kleinen hier auch ein bisschen besser was ab. Von daher passt das. Oben kommt dann noch Trapezbleche drüber. Auch wahrscheinlich ein bisschen länger, dass wir nicht ganz so im Regen stehen, dass halbe, dreiviertel Kuh dann trocken bleibt. Und dann passt das, denke ich, erstmal fürs Erste. Achso, und falls einige sagen, ich soll den Ball lieber hochkant hinstellen, dann haben die Kühe das leichter zum Abrollen. Das ist richtig. Allerdings, weil es jetzt halt gerade regnet, habe ich den so hingestellt, dass es nicht alles in der Stirnseite reinläuft und der warm wird gleich, weil die halt ein paar Tage daran fressen, dass er dann nicht gleich gammelig wird. So, Regen ist halbwegs vorbei. Aber auf so einem Roter kann man ja ewig und drei Tage rumwaschen. Da kommt ja immer wieder irgendwas zum Vorschein. Aber naja, ist so. Ein, zwei Sachen sind mir dann auch noch aufgefallen. Was wir noch machen müssen, und zwar hier einmal das Brett, wo die Kette drauf läuft. Das kann einmal neu. Hier ist schon lose und nicht mal ganz gut vorne geht es noch einigermaßen. Und hier ist, ich denke mal, dass hier auch eins hingehört, gar keins mehr. Genau drüben ist auch eins, ja. Läuft einmal ganz hier rüber normalerweise. Achso, das soll ein ganzes durchgehendes Brett sein. Ja, siehst du, dann muss das auf jeden Fall neu. Das existiert nämlich so gut wie gar nicht mehr. Ähm, was habe ich noch gesehen? Ähm, achso, der eine Zylinder. Der war so ölfeucht. Muss ich mal gucken, ob das aus der Verschraubung kommt. Oder ob der neu abgedichtet werden muss. Beziehungsweise wie viel das überhaupt ist. Muss ich ein paar Mal hoch und runter machen. Ähm, ja, die Rolle habe ich gesagt. Ja, ich glaube, das war das Gröbste dann, glaube ich. So, schon ein paar Tage später. Ich sitze nämlich gerade am Schneiden. Und mir ist gerade so aufgefallen, dass ich gar kein Auto gedreht habe. Ähm, ja, Rode haben wir ja soweit. Naja, fertig gemacht. Ein paar Baustellen haben wir ja noch. Aber da wissen wir schon mal, wo wir dann angreifen müssen. Ähm, aber ich würde sagen, das soll es noch für diesen Block gewesen sein. Schon fast, ja, nicht ganz in Röpers Länge geschafft. Aber für unsere Verhältnisse ist es schon relativ lang. Ich glaube, Stunden haben wir fast vorgekriegt. Ähm, das lief halt so hin. Diesmal ging das ganz gut. Aber gut, die Arbeit kommt jetzt immer mehr und mehr, wenn das Wetter besser wird. Ich denke mal, das wäre eng, wenn die Zeit das erlaubt. Vielleicht auch schon wieder auf zwei Blocks die Woche gehen. Wenn ich das vom Schneiden her schaffe und so von Arbeit auch. Aber werden wir sehen. Äh, ich kann euch schon mal ein bisschen vorspoilern. Nächsten Vlog müssen wir auf jeden Fall Kälber einmal ausmisten. Was machst du da hinten? Schläfst du? Scheiße. Die matschen das hier schon so langsam durch. Vor allem, wo die hier vorne nochmal trinken. Wollen wir die einmal ausmisten und neu machen. Bis der Zaun endlich kommt. Dann habe ich auf jeden Fall auf dem Zettel, dass wir den dicken da einmal rausholen. Den 611er. Dass wir da schon mal die Schwingen abbauen. Die Frontlader schwingen. Und ja, den ganzen anderen Kram, den wir jetzt im Vlog nicht geschafft haben. Sehmaschine waschen. Kartoffeleger waschen. Den sauber machen. Und allen anderen Kram noch. Und dann gibt es. Schau wieder so in diesem Vlog. Mit Glück ja noch eine ganz große Überraschung. Aber da könnt ihr noch grübeln und gespannt sein. Deswegen sage ich jetzt erstmal danke fürs Zusehen. Guck in den nächsten Vlog mit rein. Und sehen wir uns frisch und Montag im nächsten Video. Bis dahin. Tschau. Das war's. Das war's.